Lust im Karton – Knisternde Überraschung beim Packen Endlich ist es soweit. Sarah zieht mit ihrem Freund in die erste gemeinsame Wohnung. Eine letzte Hürde gilt es hierbei noch zu nehmen. Das heimliche Einpacken ihrer Windeln in den letzt verbliebenen Umzugskarton. Während sie den weißen Stapel aus der Schublade nimmt und schnell verstauen möchte, steht Luis plötzlich im Raum. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage